Es war meine letzte Saison, wo wir den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben mit Arima Trikots. Ich war damals Kapitän der Mannschaft und war für mich ein genialer Abschluss meiner Laufbahn. Aus dem Nachwuchs hochgekommen 1992 durfte ich das erste Spiel im viel zu großen Arima Trikots in der Bundesliga, wie unsere SGD bestreiten. Sieg 3 zu 0. Das war 1994. Unsere Jungs spielten in der ersten Fußball-Bundesliga und so sahen damals die Trikots aus. 29.10.1994, erstes Spiel, Dynamo gegen Borussia Dortmund. Trikots damals, hast du ein bisschen geschmunzelt drüber. Heute ist es absolut der Kult, wenn du die Binger trägst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.